Okay. Keine Panik. Cool bleiben. Hi. Hallo. Nick und Sam. Hier sind wir. Ja, kommt doch hoch. What do I say? Okay. Wir brauchen ein Skript. Du hast wunderschöne Augen. Du hast wunderschöne Augen. Ohren, Augen, Ohren, Augen. Ja, okay. Hey. Dein Lächeln ist so süß. Dein Hächeln ist so süß. Nicht dein Hächeln. Dein Lächeln. Dein Lächeln ist so süß. Dein Haar glänzt so schön. Danke, Nick. Hey, verstehst du denn gar nichts? Ihr Haar glänzt so schön. Alles klar? Vielen Glück. Bella und Strucken? Wir dachten, ihr wärt Tänzerin. Ach so. Ihr seid Tänzerin. Tanzende Hunde im Musical Wauwau. Kommt doch ein. Kommt. Please, sit down. Setzt euch. Psst, denk an das Skript. Dein Lächeln ist so süß. Du hast wunderschöne Ohren. Augen. Psst, Augen. Augen. Du hast wunderschöne Augen. Bist du ein Millionär? Psst, bin ich ein Millionär? Bist du ein Millionär? Bist du ein Millionär? Nein, nein. Wir sind Millionär. Das ist gut. Dann können wir das hier und das und das hier bezahlen. Ja, wir sind die Tänzerin. Aus dem Internet-Café. Und ihr seid Millionäre. Oh ja, sehr witzig. Und ein guter Trikot mit Mädchen zu flirten. Und mein schnelles Auto. Ach, dir auch. Ja, guter Witz, ne? Aber das ist mein Auto. Oh, oh, oh. Aber dein Lächeln ist wirklich so süß. Und du hast wunderschöne Augen. Die Tarantel! Ich muss los. Sam! Schnell, versteck dich im Schlafzimmer. Aber dein Haar glänzt wirklich schön. Ja, fertig. Sascha! Ja? Sag mal. Ja? Was ist ein Tierpräparator? Wie bitte?